Unsere zweite Glühweinaktion heute in Gelsenkirchen auf dem Neumarkt. Wir sind hier am Stand der Rotarier und ich sage herzlich willkommen! Musik Wie schmeckt denn der Glühwein? Ja wunderbar! Super! Super! Ohne Lichtblicke spenden gefällt einem das Jahr nicht, das muss sein. Gute Aktion, macht man weiter so, auch nächstes Jahr wieder so machen. Natürlich sagen wir, das kommt auch gut an. Ja läuft natürlich wieder richtig gut, wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch war. Wenn wir die Kamera jetzt mal ein Stück drehen, dann sieht man mal... Ja, hier stehen die Leute mit Regengeschirr. Also Regen heißt ja eigentlich immer schlechtes Geschäft, gilt aber nicht für Gelsenkirchen, da kann man auch bei Regen ordentlich Glühwein verkaufen. Wunderbar! Daumen hoch, klasse! Vielen Dank! Wir haben ja auch noch gut zwei Stunden, also da kommt noch wieder ordentlich was rum. Dankeschön! Dankeschön! Wackel mal mit dem Kopf ein bisschen pferd. Nein! Alles richtig cool! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Ich war's geschafft! Untertitelung des ZDF, 2020